Okay, herzlichen Dank für die Einleitung. Es freut mich, dass so viele Leute trotz des vielleicht unkonventionellen Vortrags am Kongress hier in den Saal 3 gefunden haben. Der Vortrag hat im Vorhinein schon ein bisschen Staub aufgewirbelt. Ich habe schon besorgte E-Mails erhalten und man hat mir auch geflüstert, dass Vertreter von Siemens in diesem Rahmen hier anwesend sein sollen. Also ich fürchte, ich werde euch und alle Anwesenden enttäuschen. Also ich werde hier nicht die Smoking Gun präsentieren und auch nicht zeigen, wie man Züge hackt. Aber ich werde versuchen, oder der Grund, warum ich diesen Vortrag halte, ist eigentlich zweierlei. Einerseits möchte ich ein bisschen Verständnis vermitteln über die Technik, die heute benutzt wird, um die Eisenbahn sicherer zu machen. Also Hacker-Kultur ist für mich auch so ein bisschen verstehen, wie Technik funktioniert. Und das werde ich versuchen, hier in diesem Vortrag rüberzubringen. Ich denke mal, dass die Sicherungstechnik eine Domäne ist, wo die wenigsten im Raum hier viel Verständnis davon haben. Die meisten vermute ich das zum ersten Mal hören. Und da denke ich mal, dass auch die Technik an sich schon mal eine spannende Angelegenheit ist. Und zum Zweiten, dazu komme ich dann ganz am Ende des Vortrags, wir stehen zurzeit vor einer großen Revolution in der Eisenbahnsicherungstechnik. Wir gehen weg von geschlossenen, in sich geschlossenen Systemen, die von einem Hersteller geliefert wurden, hin zu mehr offenen Systemen, hin zu mehr Funkkommunikation, was natürlich auch das Risiko für Zuverlässigkeit und für Angriffe drastisch erhöht. Und ich denke, dass wir als Security Community auch hier in diesem Bereich in der Zukunft Antworten liefern werden müssen. Gut, ich muss mal beginnen mit dem üblichen Disclaimer. Also nicht, dass es nicht funktioniert hier. Was ist denn jetzt wieder passiert? Also ich hacke keine Züge, ich rufe dazu nicht auf und ich hätte dazu auch wenig Verständnis. Weil Sicherungsanlagen sind tatsächlich sicherheitskritische Einrichtungen und der Eingriff darin kann wirklich Menschenleben fordern. Daher sollte man hier sehr mit Bedacht mit diesem Thema vorangehen. Gut, ich habe mir überlegt, wie ich diesen Vortrag aufbauen soll. Ich möchte historisch vorgehen. Ich möchte im Wesentlichen mal beginnen von den Anfängen der Eisenbahn bis heute und euch ein bisschen näher bringen, was damals getan wurde, um das Reisen mit der Bahn sicherer zu machen. Die erste Eisenbahn fuhr in Deutschland am 7. Dezember 1835 auf dem Zuge ein kurzes Stück zwischen Nürnberg und Fürth. Aber es war immerhin ein Anfang. Damals hat man sich nicht allzu viele Gedanken gemacht über die Sicherheit an sich, weil es gab wenige Züge und die Geschwindigkeit war relativ gering. Es hat sich alles drastisch geändert, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo man die Zugdichte erhöht hat, sprich die Anzeller Züge, die auf den Gleisen gefahren sind und auch die Geschwindigkeit erhöht hat. Man hat sich Gedanken machen müssen, wie kann ich denn trotz eines erhöhten Zugverkehrs einen sicheren Bahnbetrieb gewährleisten. Vielleicht noch als Vorbemerkung, ein Zug kann nicht so, wie ihr das vielleicht vom Auto gewohnt seid, auf Sicht fahren, wegen der deutlich geringeren Reibung zwischen Rad und Schiene. Sprich, wenn ein Lokführer ein Signal oder ein Hindernis erkennen würde, dann wäre es de facto bereits zu spät. Das heißt, man muss, bevor ein Zugfahrt stattfinden kann, alle Voraussetzungen schaffen, damit diese Zugfahrt eben auch sicher über die Bühne gehen kann. Und die Idee, die man so im Mitte des 19. Jahrhunderts letztlich hatte, war die des Fahrens im Zeitabstand. Man hat gesagt, okay, wir stellen Fahrpläne auf, die möglichst einzuhalten sind. Und die Fahrpläne sind eben so konstruiert, dass es zu keinen Unfällen kommt. Sprich, dass eben Züge sich nicht begegnen auf freier Strecke und so weiter. Wenn es dann doch mal Abweichungen vom Regelbetrieb gab, hat man so Pufferzeiten eingeführt. Man hat gesagt, okay, ein Zug darf einem anderen erst in einem gewissen Zeitabstand folgen, zum Beispiel 10 Minuten. Das hatte den Grund, dass wenn ein Zug sozusagen liegen bleibt, dann konnte der Zugführer des anderen Zuges den Zug noch decken mit Signalen und den Folgerzug de facto warnen und sagen, okay, hier ist was passiert, langsam fahren und stehen bleiben. Man muss sich auch vor Augen halten, das war eine Zeit, wo es kein Telefon gab. Es gab kein Telefon, es gab keine Telegrafie, es gab keinerlei Möglichkeiten, dass die einzelnen Bahnen miteinander kommunizieren. Insbesondere konnte man auch weitere Züge nicht ankündigen, weil es gab keine Kommunikationsmöglichkeit. Und daher hat man Signale an Zügen benutzt. Früher hat man Fahnen aufgezogen auf den letzten Wagen, hat Scheiben vorne und hinten angehängt, um sozusagen den nächsten Zug, dem nächsten Bahnhof mitzuteilen, hey, da kommt der Zug nach. Man hat dann später auch zur sogenannten optischen Telegrafie gegriffen. Also vielleicht der eine oder andere werden das vielleicht wissen. Claude Chapey hat zwar im 18. Jahrhundert Frankreich überzogen mit einem System von optischen Telegrafenstationen. Das waren im Prinzip kleine Häuser, wo oben so Signalmaste aufgebaut waren. Die Häuser waren besetzt und die Wärter mussten sozusagen das Nachbarhaus beobachten und die Signale, die sie erhalten haben, auf ihrem Signalmast reproduzieren. Und das hat sich auch der Eisenbahn zunutze gemacht, hat mit solchen Kreuzflügern zum Beispiel Züge angekündigt. Übrigens, das ist ein Bild der österreichischen Kaiservieland-Nordbahn, also man hat gesehen, um 1900 herum war das noch im Einsatz. Gut, wir haben an den Lokführer gewarnt, wenn irgendwas kritisch war, naja, man hat die wesentlichen Streckenwärter gehabt, die alle paar Kilometer in einem kleinen Häuschen gewohnt haben und die mussten dem Lokführer de facto anzeigen, ob die Strecke frei ist mit einer Fahne, die mussten sich rausstellen und mussten de facto sozusagen mitteilen, okay, zum Beispiel, wenn der Zug durchgefahren ist, mussten sie sich zehn Minuten hinstellen und im Wesentlichen das Langsamfahrtssignal geben, um eben einen nachfolgenden Zug zu warnen, hey, langsam fahren, die Strecke ist noch belegt. Das hat sich alles erst geändert durch eine Erfindung eines Ingenieurs von Siemens, nämlich Karl Frischen. Der hat so rund um 1870, 1871 herum eine Erfindung gemacht, die die Eisenbahn-Sicherungstechnik revolutionieren sollte. Er hat nämlich das sogenannte Blockfeld erfunden. Ein Blockfeld, für Informatik ist das eigentlich leicht erklärt, ein Blockfeld ist ein Automat mit zwei Zuständen. Ja, also er kann im Zustand geblockt sein und im Zustand entblockt und jeweils zwei von diesen Automaten sind paarweise geschaltet. Ja, sprich, es gibt ein, so ein Blockfeld in einem Bahnhof und ein weiteres Blockfeld im anderen Bahnhof. Wenn das eine Blockfeld geblockt ist, ist das andere im Zustand entblockt und umgekehrt. Und wenn ein Fahrersleiter in einem Bahnhof sein Blockfeld bedient, sprich blockt, wird automatisch das Blockfeld im anderen Bahnhof entblockt. Sprich, man konnte damit letztlich ein Bit an Information übertragen und insbesondere auch zwei Geräte synchronisieren. Sprich, Frischen hat ja schon eigentlich das vorweggenommen, was die Informatik unter dem Thema Mutex vielleicht 100 Jahre später neu erfunden hat. Ja, wie sieht so ein Blockfeld aus? Ich habe hier eine Abbildung hereingegeben. So ein Blockfeld hat eine Blocktaste oben und hier rechts, da sieht man es leider auch auf diesem Bild nicht, gibt es eine kleine Kurbel. Ja, erinnert euch, es gab damals keinen Strom. Sprich, man hat das Signal übertragen, indem man die Blocktaste heruntergedrückt hat und indem man diese Kurbel gedreht hat, um mittels Induktion Strom zu produzieren, um eben dieses eine Bit an Information zwischen den beiden Bahnhöfen hin und her zu übermitteln. Und diese Erfindung hat zum ersten Mal es ermöglicht, wegzugehen von diesem fehleranfälligen Fahren im Zeitabstand hin zu dem Konzept, das eigentlich alle Eisenbahnen Mitteleuropas inzwischen anwenden, nämlich das sogenannte Fahren im Raumabstand. Da ist die generelle Idee die folgende. Ich teile meine Strecke ein in sogenannte Abschnitte, in Blockabschnitte und diese Blockabschnitte werden durch Signale gedeckt, durch Hauptsignale gedeckt und ich erzwinge den Grundsatz, dass in jedem Blockabschnitt sich zu jedem Zeitpunkt nur ein Zug befinden darf. Und dem Lokführer zeige ich im Prinzip an, ob der nächste Abschnitt frei ist, indem ich an den Rennen dieses Abschnitts jeweils ein Hauptsignal aufstelle. Und das Hauptsignal zeigt an, eben ob sozusagen der nächste Blockabschnitt belegt ist oder nicht, sprich ob er einfahren darf oder nicht. Diese Signale gibt es in mechanischer Ausführung oder in der moderneren Lichtsignalausführung. Die mechanische Ausführung war schlichtweg ein Flügel, der so waagrecht montiert war und den man mit einem Seilzug sozusagen in die Schräge nach oben ziehen konnte. Die neuen Signale sind ganz einfach Lichtsignale, die also entweder rote oder grüne Lampen zeigen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ein Lokführer nicht auf Sicht fahren kann. Dementsprechend, wenn er so ein Signal sieht, ist es bereits zu spät. Sprich, ich muss ihm etwas davor noch anzeigen, wie das nächste Signal stehen wird. Und genau das macht das sogenannte Vorsignal. Das Vorsignal steht im Bremswegdistanz vor dem entsprechenden Hauptsignal und zeigt die Stellung des nächsten Hauptsignals an. Sprich, auch da gibt es wieder eine mechanische Ausführung und eine Lichtsignalausführung. Also eine mechanische Ausführung ist so eine orange Scheibe, die man nach hinten wegklappen kann, während die Lichtsignalausführung zeigt zwei orange bzw. zwei grüne Lichter. Und sozusagen ein Lokführer, der ein Vorsignal sieht, das Halt zeigt, weiß, aha, er muss bereits jetzt zu Bremsen beginnen, damit er sicher vor dem nächsten Blocksignal steckt. Also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wenn der Zug fährt und der Zug irgendwie so völlig unmotiviert irgendwo zwischen zwei Bahnhöfen auf der Strecke stehen bleibt, dann war das vermutlich vor so einem Blockabschnitt, weil eben der Abschnitt davor eben belegt war. Bitte? Da war die Frage, wie groß ein Blockabschnitt ist. In der Regel ist das Bahnhofsdistanz. Auf kleinen Strecken ist das von Bahnhof zu Bahnhof. Auf größeren Strecken sind die Distanzen zwischen den Bahnhöfen nochmals unterteilt in kleinere Abschnitte. Gut, und die Sicherungsanlage hat jetzt im Wesentlichen den Zweck, diesen Grundsatz zu garantieren. Dass es in jedem Blockabschnitt zu jedem Zeitpunkt nur Einzug befinden darf. Und die Sicherungsanlage muss weiter garantieren, dass sämtliche Bedingungen für die sichere Zugfahrt möglich sind. Sprich, dass die Strecke frei ist, dass hinten kein weiterer Zug nachfolgt und dass kein Zug sozusagen von der Seite her in den Fahrweg eindringen kann. Und dieses Konzept wird realisiert über sogenannte Fahrstraßen. Man verknüpft sämtliche Weichen und sonstigen Einrichtungen, die man noch dafür braucht, logisch in sogenannten Fahrstraßen. Und bevor man ein Signal freistellen kann, muss man sozusagen sich eben eine Fahrstraße einstellen. Und erst, wenn diese Fahrstraße gesichert ist, erst dann und alle Bedingungen eben erfüllt sind, erst dann kann ich das Signal freistellen und kann eine Zugfahrt durchgeführt werden. Sprich, die Sicherungsanlage macht nichts anderes, als wir Abhängigkeiten zwischen Weichen, Fahrstraßen und Signalen garantieren. Damit eben alle Weichen so richtig liegen, dass eben keine Gefährdung stattfinden kann. Ja, welche Bedingungen sind das? Im Wesentlichen sind das, ja, ich habe jetzt mal willkürlich zwei herausgegriffen, um es ein bisschen näher zu erläutern. Eine Bedingung, die man gewährleisten muss, ist der sogenannte Flankenschutz. Nehmen wir mal an, hier dieser schwarze Zug möchte aus dem Bahnhof ausfahren, der steht gerade vor einem Signal. Und der Blockabschnitt geht von diesem Ausfahrsignal hier bis zu dem nächsten Blocksignal hier. Ja, und was muss ich garantieren? Naja, ich muss garantieren, dass hier kein weiterer Zug steht. Ja, sprich, es darf nicht passieren, dass in diesem Abschnitt bereits noch ein, dass der eben belegt ist. Ja, und ich darf auch, ich muss auch garantieren, dass ich hier seitlich noch ein weiterer Zug hier oben sozusagen hineinfahren kann. Sprich, den Fahrweg tangieren kann, den ich eingestellt habe. Ja, das nennt man Flankenschutz. Das realisiert man dadurch, dass man diese Weiche, die hier oben im Gegengleis eingebaut ist, dass man die sozusagen in die Gerade festlegt und eben sozusagen physikalisch nicht möglich ist, dass dort ein Zug abzweigt. Was man noch garantiert, ist meistens der sogenannte Durchrutschweg. Das ist das Problem, dass wenn ein Lokführer sozusagen nicht unmittelbar vor dem Signal stehen bleibt, sondern vielleicht zu spät reagiert und ein bisschen darüber hinausrutscht, dann garantiert man sozusagen, fügt man zur Fahrstraße auch noch ein Stückchen sozusagen der Strecke hinzu, die der Zug gar nicht mehr befahren würde, aber potenziell befahren könnte. Das ist der sogenannte Durchrutschweg. Wir haben wieder als Illustration einen Fall, wo ein Zug in den Bahnhof eingefahren ist. Es gibt eine Fahrstraße, die Fahrstraße endet sozusagen hier, wo dieser rote Strich aufhört. Und zur gleichen Zeit möchte ein zweiter Zug einfahren, muss sozusagen diese Fahrstraße kreuzen, um auf das untere Gleis zu kommen. Das wäre zum Beispiel eine Bedingung, die eine Sicherungsanlage ausschließen würde, weil sozusagen die Zugfahrt würde hier sozusagen diesen Durchrutschweg tangieren. Dementsprechend kann ich diese beiden parallelen Einfahrten nicht stellen. Gut, all diese Basisprinzipien, die übrigens mehr als 100 Jahre alt sind, werden umgesetzt in Sicherungsanlagen. Die ersten Anlagen, die man historischerweise installiert hat, waren sogenannte mechanische Stellwerke. Das waren im Wesentlichen Sicherungsanlagen, bei denen man die Signale und die Weichen mit derartigen Hebeln gestellt hat. Man muss sich vorstellen, an all diesen Hebeln hing eine Drahtleitung dran. Dieser Drahtzug ging hinaus zur Weiche, ging hinaus zum Signal. Und indem man diesen Hebel sozusagen physisch umgestellt hat, hat man die Weiche bewegt oder hat das Signal freigestellt. Bereits diese sehr relativ primitiven mechanischen Stellwerke haben es erlaubt, Fahrstraßen einzustellen, Fahrstraßen festzulegen und zu sichern. Und all diese Dinge wie Flankenschutz, ausschlussgefährdeter Fahrten, ist bereits sozusagen mechanisch implementiert gewesen in diesem System. Ich möchte mal ganz, ganz kurz vorführen, wie sowas funktioniert. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Gibt es hier jemand, einen Techniker, den ich auskenne? Bitte? Nicht alle auf einmal, genau. Ist hier jemand von der Technik? Kann mir jemand helfen? Ich bin der Informatiker. Nein, lass mir das. Mac-User. Setz dann nach rechts schieben. Setz dann nach rechts schieben. Ah, das ist gut. Also. Wir haben in Darmstadt eine Simulationsanlage, sogenannte Eisenbarme-Tripsfeld. Das ist im Wesentlichen eine Modellbahnanlage, die man mit echten Stellwerken steuern kann. Wir haben da ein, ja, das wird benutzt für Lehrveranstaltungen. Also wenn man beim Bauingenieurwesen studiert und die Vertiefung im Gebiet Verkehr macht, dann macht man eine Übung in dieser Anlage. Die Deutsche Bahn benutzt sie auch, um Schulungen durchzuführen. Und wir haben mal hier, ich zeige mal hier einen kurzen Aufstieg aus einem Film, der im Wesentlichen zeigt, wie so eine Sicherungsanlage bedient wird. in dieser mechanischen Welt. Also alles beginnt im Wesentlichen damit, dass der Fahrradensgleiter findet, es ist Zeit, dass dann ein Zug ausfahren soll. Erstens ist immer, okay, wir müssen Zugmeldung machen, sprich, der Nachbarn im Bahnhof darüber informiert, ein Zug kommt. Natürlich klassisch mit dem Siemens OB33 Fernsprecher, so wie das immer noch in weiten Teilen gemacht wird. Naja, es gibt eine vorgeschriebene, einen vorgeschriebenen Wortlaut, sprich, ich sage, okay, fahre den Sleiter Wilhelmstal in diesem Fall, Zugmeldung, Zug so und so, ab in Wilhelmstal voraussichtlich um und die Uhrzeit. Der Gegenüber bestätigt mir das und wir verbuchen das Ganze im Zugmeldebuch, damit nachher auch dokumentiert ist, was letztlich gefahren ist. Sobald das geschehen ist, können wir im Wesentlichen beim Fenster hinausschauen. Also wir sitzen irgendwo in einem erhöhten Stellwerk und wir müssen schauen, ob die Fahrstraße frei ist. Wenn die Fahrstraße frei ist, sprich, nicht besetzt von Zügen ist, dann können wir im Prinzip die Fahrstraße einstellen. Sprich, wir können sämtliche Weichen umlegen, die eben benötigt werden und man sieht tatsächlich, die Weichen auf der Modellbahn laufen ebenfalls um. Sobald das geschehen ist, müssen wir wiederum auf dem Fenster schauen und wiederum uns vergewissern, okay, liegen die Weichen richtig, ist der Fahrweg immer noch frei, es könnte sein, dass in der Zwischenzeit etwas passiert ist. Wenn das der Fall ist, können wir die Fahrstraße festlegen. Das geschieht, indem wir einen Hebel nach oben ziehen. Also für jede Fahrstraße, die ich einstellen kann, gibt es einen kleinen Hebel. Und diesen Hebel, den kann ich nur dann ziehen, wenn sämtliche Weichen in der richtigen Lage waren. Sonst ist dieser Hebel mechanisch blockiert. Und das heißt aber auch, es gibt nur diese Fahrstraßen, die hier vorgesehen sind. Also andere Einfahrten gibt es nicht. Gut, man sieht auch, wenn man jetzt noch versucht, die Weichen wieder umzustellen, das geht nicht. Sprich, die sind tatsächlich mechanisch blockiert. Sobald ich eine Fahrstraße eingestellt habe, kann ich die Weichen, die ich brauche, nicht mehr zurücklegen. Macht Sinn, nicht? Weil sonst könnte ich vielleicht eine Weiche unter dem Zug umlegen. Das wäre irgendwie schlecht. Okay, dann könnte man probieren, das Signal zu ziehen. Signalhebel sind immer rot. Aber tatsächlich, man sieht, der Signalhebel blockiert immer noch. Sprich, irgendeine Bedingung ist immer noch erfüllt, damit sozusagen eine sichere Zugfahrt gewässert sein kann. Und der Grund liegt daran, dass wir die Fahrstraße zwar mechanisch festgelegt haben, aber wir haben sie nicht elektrisch festgelegt. Es gibt hier auf diesem Blockwerk, gibt es noch eine elektrische Fahrstraßenfestlegung, die man ebenfalls noch betätigen muss. Das hat den Sinn, oder sagen wir mal so, die kann ich nur dann mehr auflösen, wenn eine Zugfahrt stattgefunden hat. Sprich, das ist der Point of no return. Wenn ich sozusagen hier jetzt diesen Hebel nach unten bewege, heißt das, ich habe mich festgelegt, dass ein Zug auf eine Fahrstraße ausfahren muss. Wenn das nicht passiert, kann ich die Fahrstraße nicht mehr auflösen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich tatsächlich diesen unteren Fahrstraßenhebel, der jetzt hier nach oben steht, nicht mehr zurücknehmen. Dann ist auch der blockiert. Aber ich schaffe es jetzt, das Signal freizustellen, weil alle Bedingungen sind erfüllt für einen sicheren Zugfahrt. Tatsächlich, okay, hier folgt jetzt der Zug ausfahren. Leider Gottes ist das auf dem Video nicht zu sehen. Sobald das geschehen ist, wird die elektrische Festlegung herausfallen. Ihr habt es gesehen, das Feld ist von weiß auf rot gegangen. Und wir können im Folgenden das Signal wieder zurücklegen. Das Signal geht auch wieder auf Halt. Und wir können den Streckenblock bedienen, also Blocktaste runterdrücken, kurbeln. Damit zeigen wir sozusagen unserem Gegenüberarm, aha, Zug ist auf der Strecke. Und wir können von unserer Seite aus keinen weiteren Zug ausfahren lassen, wenn nicht, sozusagen wir die Bestätigung vom anderen Bahnhof erhalten haben, dass der Zug eben falsch nicht angekommen ist. Das illustriert so ein bisschen die Technik, wie sie immer noch in sehr großer Stückzahl vorhanden ist in Deutschland. Man glaubt es kaum, aber das ist tatsächlich noch so. Also auf Nebenbahnen ist das noch Gang und Gäbe. Auf Hauptstrecken kaum mehr, fallen nur ein paar ein, aber auf Nebenbahnen ist das noch sehr viel anzutreffen. Ja, also die meisten Anlagen, die es noch gibt, sehen genauso aus. Nein, das ist gar nicht, ich meine, das ist Technik, die hat 100 Jahre funktioniert, ja, und die funktioniert auch noch. Ich meine, wenn Sie dort einen PC hinstellen würden, müssen Sie den nach 10 Jahren wieder ersetzen, nicht? Ich meine, diese Dinge, die halten 50 Jahre, ja? Okay. Bedienen habe ich gerade kurz gezeigt. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, wie das sozusagen implementiert wurde, ja? Wie man diese Ausschlüsse implementiert hat damals in einer ganz simpelen Art und Weise. Es gibt einen Verschlusskasten, dieser Verschlusskasten enthält Stahlstangen, und zwar horizontale und vertikale Stahlstangen. Die vertikalen Stahlstangen hängen an diesen Hebeln, an den weichen Hebeln dran. Wenn ich die Hebel bediene, heben und senken sich diese Stahlstangen, während die horizontalen Stangen hängen an diesen Fahrstraßenhebeln, an diesen kleinen Hebeln, und diese Stangen haben Widerhaken, wie man hier so schön sieht, und wenn sozusagen eine weiche falsch steht, dann schlägt hier Metall auf Metall auf, und dementsprechend kann ich den Hebel nicht bedienen, sprich ich kann den Hebel erst dann bedienen, wenn sämtliche Bedingungen erfüllt sind, und wenn das der Fall ist, greift dieser Widerhaken über diese Stange drüber und hält sie fest. Dementsprechend, sobald der Fahrstraßenhebel verschoben ist, umgelegt ist, kann ich auch die Weiche nicht mehr zurückstellen, aus dem Grund, weil er sozusagen festgelegt hat. Also, man muss sich überlegen, das ist alles Technologie, die ist 100 Jahre alt, also man hat damals schon mit sehr einfachen Mitteln extreme, also sozusagen, Syklusionsprobleme lösen können. Historisch gesehen, die nächste Entwicklung waren die sogenannten elektromechanischen Stellwerke, da ist im Wesentlichen alles, die Logik ist die gleiche, der einzige Unterschied ist, dass eben die Weichen elektrisch ferngestellt werden, und dass man keine Hebel mehr hat, sondern so einen kleinen Knauf, den man eben hier in der Rechts bewegt, der Rest ist immer noch ziemlich gleich. Die nächste größere Innovationsstufe kam erst um 1950, mit den Drucktastenstellwerken, da ist die Idee die folgende, der Bediener, der Freundesleiter hat im Wesentlichen ein Gleisbild eines Bahnhofs vor sich, und kann sämtliche Elemente, sprich Weichen, Signale und so weiter, durch Drucktasten bedienen, und zwar immer mit zwei Händen, sprich er muss immer eine Gruppentaste drücken, und die entsprechende Taste, die er sozusagen, das Element, die er bedienen möchte, ganz einfach auszuschließen, dass irgendwelche Fehlhandlungen durch Zufall passieren, wenn der Freundesleiter früh kommt, und die Bildzeitung ausbreitet über den Stellwerkstisch, dann soll er nicht irgendwelche Handlungen durchführen, die er nicht will. Neuigkeit ist, hier haben wir bereits eine Gleisfrei-Meldung, sprich das System zeigt uns an, ob ein Gleis frei ist oder nicht, sprich wir müssen nicht mehr aus den Fenstern schauen, wie vorhin, sondern wir sehen an einer roten Ausleuchtung, ob die Strecke frei ist oder nicht. Auch hier habe ich wieder ein kleines Video aus unserem Betriebsfeld vorbereitet, ich hoffe ich, man sieht schon, das ist etwas moderner schon, das Stellwerk, also wie gesagt, Gleisbildstellwerk eines kleinen Bahnhofs. Der Fahndesleiter kommt zum Dienst, sperrt auf, also steckt seinen Bedienschlüssel ein hier, bekommt dann die Zugmeldung, diesmal auf einem etwas moderneren Telefon, aber im Prinzip läuft das genauso aus, ab wie wie bei diesem alten Stellwerk, was wir vorhin gesehen haben, also er bekommt sozusagen den Zug abgemeldet vom letzten Bahnhof, trägt das ein Zugmeldebuch und wird dann beginnen, im Prinzip die Fahrstraße oder die Weichenzustellung, die Fahrstraße einzustellen. Das ist deutlich einfacher, wie man sieht, es gibt keine großen Hebel mehr, die Kraft benötigen und auch einige Handlungen sind deutlich vereinfacht. Sprich, er stellt jetzt die Weichen, indem man die Weichen-Gruppentaste drückt und die entsprechende Taste der Weiche. Man sieht, die Weiche sozusagen, wie das Bedienfeld blinkt und sobald die Weiche umgelaufen ist, zeigt Dauerlicht und jetzt wird die Fahrstraße eingestellt und zwar wiederum Zweipunktbedienung vom Signal, wo der Zug einfahren soll, bis ins Ziel hinein und man sieht ja auch schon schön, auf dem mittleren Gleis ist es bereits rot ausgearbeitet, sprich, dort steht bereits ein Zug. Wenn wir auch jetzt sehen, sobald der Zug einfährt, werden diese Elemente von links nach rechts kommend hier rot, weil das System eben sozusagen weiß, auf welcher Position gerade ein Zug sich befindet. Die Zugfahrt geht hier in das oberste Gleis hinein. Man sieht ja auch sehr schön dann, wie ganz oben die Rotausleuchtung kommt, nicht hier das oberste Licht hier wird jetzt gleich rot, genau, jetzt ist rot geworden und das zeigt die Fahrseite an, okay, dieser Gleis ist tatsächlich belegt. Ja, sobald der Zug im Bahnhof ist, können wir den sogenannten Rückblock geben, sprich, wir können unserem Gegenüber anzeigen, der Zug ist vollständig hier, das wird jetzt gemacht, dieser Blockanzeiger hier, dieses kleine Pfeilchen, wechselt von rot auf weiß, zeigt ihm also, Anstrecke ist frei. Okay, das war jetzt die Fahrstraßenauflösung, das ist nichts wirklich interessant. Was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen den Zug auch weiterschicken im nächsten Bahnhof, also wir haben sozusagen die nächste Fahrstraße eingestellt, wiederum von Signal in das entsprechende Gleis. Hier haben wir die Besonderheit, dass hier noch ein Bahnübergang sich im Bahnhof befindet, der automatisch zuläuft. Um Autofahrer vor sich selbst zu schützen, muss der Fahrseite dann auch noch beim Fenster hinausschauen, schauen, ob ein Auto eingeklemmt ist und wenn nein, kann er den Bahnübergang frei melden, was er jetzt gerade gemacht hat. Erst dann geht das Signal entsprechend auf grün, also frei, und Zug kann abfahren. Und was wir auch wieder gleich sehen werden, ist, auch hier bekommen wir sozusagen mittels Rotausleuchtung angezeigt, wie weit der Zug bereits gekommen ist. Und auch hier, das System hat automatisch vorgeblockt, sprich, dieser kleine Pfeil ist wieder rot geworden, sprich, zeigt an, die Strecke Richtung zum nächsten Bahnhof ist belegt. Wie wird der Zustand übertragen? Bitte? Wie wird die Position aus der Zugestellung? Das sind isolierte Gleisstücke im Wesentlichen. Also die Technik funktioniert im Wesentlichen so, dass man Abschnitte des Gleises isoliert und Spannung anlegt oder ein gewisses Signal anlegt. Und sobald ein Zug drüber fährt, gibt es einen Kurzschluss zwischen den beiden Schienen und ich kann das Signal wieder direktieren. Also auch ganz simple Technik, auch relativ alt inzwischen. Gut, das waren im Wesentlichen die Drucktastenstellwerke. Man sieht schon, deutlich einfacher zu bedienen. Einige Handlungen wurden automatisiert, auch von diesen gibt es also noch sehr, sehr viele im Einsatz. Das war im Prinzip Standardtechnik. Bis in die frühen 80er Jahre gab es de facto ausschließlich mechanische, elektromechanische und wertige Drucktastenstellwerke. Also mehr als 1500 damals im Gesamtnetz der Deutschen Bundesbahn. Und man sieht schon, für große Bahnhofs, das ist sehr unübersichtlich, das ist der Stelltisch des Bahnhofs Darmstadt Hauptbahnhof. Der füllt schon die ganze Wand aus. Also die Bedienung erfolgt dann auch nicht mehr direkt an dem Stelltisch, sondern gibt es noch eine kleine Bedienung, eine kleine Bedienkonsole, wo man dann mittels Zifferneingabe die entsprechenden Handlungen durchführen muss. Also auch hochgradig komplex. Technisch realisiert ist das alles mittels Relais. Sprich, die gesamte Bahnhofslogik, die dahinter steckt, ist mit ausfallsicheren Relais modelliert. Sprich, das kann man auch noch sehen, also diese modernen Stellwerke sind meistens in so hohen Gebäuden eingebaut. Oben sitzt der Verhaltensleiter und das gesamte Gebäude darunter ist im Wesentlichen voll mit derartigen Signalrelais. Also ein Relais hat so etwa diese Größe hier. Man muss sich vorstellen, man braucht ja Hunderte davon, damit man diese Logik irgendwie abbilden kann. So in der Mitte der 80er Jahre hat man erkannt, dass das vermutlich nicht mehr standardtechnisch ist und dass man schwierige Satzteile bekommt und das ist alles für große Bahnhofe sehr, sehr behäbig geworden ist. Sprich, man wollte zu einem Stellwerkskonzept übergehen, das etwas moderner ist und auch etwas leistungsfähiger ist. Und das war der Zeitpunkt, wo man erstmals über elektronische Stellwerke nachgedacht hat. Also Stellwerke, die rechnergesteuert sind, die in Deutschland relativ spät erst in Betrieb gingen, erst 1988, aufgrund der hohen Sicherheitsstandards, die man letztlich gefordert hat. Man wollte nämlich, dass die neue Technik genauso ausfallsicher ist wie die alte Technik. Und das hat natürlich damals die Ingenieure vor durchaus schwierige Probleme gestellt. Hier oben seht ihr im Wesentlichen die Bedienkonsole eines solchen elektronischen Stellwerks. sieht ähnlich aus wie das Drucktastenstellwerk. Also auch dort hat der Fallensleiter ein Gleisbild vor sich und bedient jetzt nicht mehr mit Drucktasten, sondern klickt mit der Maus auf die entsprechenden Elemente hin, die er umstellen möchte. Aber im Wesentlichen ist die Bedienung sehr, sehr ähnlich dem Drucktastenstellwerk. In den letzten Jahren ist die Zahl der ESTWs also drastisch gewachsen. 2008 gab es 220 Stück im Netz der DB und inzwischen geht man auch davon über, diese elektronischen Stellwerke auch fernzusteuern. Sprich, man besetzt sie nicht mehr örtlich, sondern man fasst sie zu größeren Stellbereichen zusammen, die dann eben ferngesteuert werden. Zum Beispiel Bayern wird zu einem durchaus signifikanten Teil von München aus ferngesteuert bereits. Wie sieht so ein ESTW jetzt im Wesentlichen aus? Es hat im Wesentlichen drei Ebenen, drei Komponenten, die man unterscheiden kann. Es gibt den Außenbereich, die ganz unten dargestellt, es gibt die ESTW-Zentrale und es gibt oben die Elemente des Bedienraums. In der ESTW-Zentrale steht im Wesentlichen der Bedien- und Anzeigerechner, der letztlich und dieses Rechnernamens E-Kir, wo ich die Abkürzung immer vergesse, was sie heißt. Diese beiden Rechner zusammen erhalten Stellbefehle und zwar über die sogenannten Bedienplatzrechner. Das sind die Rechner, die dann vor Ort beim Fahrerleiter stehen und diese Befehle werden auf Konsistenz geprüft, auf Zuverlässigkeit geprüft und dann über einen Stellwerksbus in den Außenbereich übertragen. Jeder Bereich, sozusagen, das kann ein Bahnhof sein, das kann aber auch ein Teil eines Bahnhofs sein, hat einen sogenannten Bereichsstellrechner, der eben mit dieser ESTW-Zentrale verbunden ist und von dort geht in sternförmige Verkabelung jeweils ein Kabel zu allen Weichen, zu allen Signalen und so weiter weg. Also hier sind noch ganze Kupferbergwerke verbaut. Also wirklich, es gibt wirklich ein Kabel von diesem Bereichsstellrechner zu je einem Element. Bei der Bedienung gibt es im Wesentlichen zwei Ansichten. Es gibt die Bereichsübersicht, das ist die, die ihr vorhin gesehen habt, mit der großen Anzeige eines gesamten Bahnhofs und es gibt auch die sogenannte Lupe, wo man sich ganz speziell gewisse Bahnhofsteile nochmal anschauen kann und ganz genau sehen kann, wie steht die Weiche, welches Signalbild wird gerade gezeigt und so weiter. Wenn das ESTW ferngesteuert ist, gibt es diesen Bedienplatzrechner nicht. Stattdessen kommen die ganzen Bestellbefehle aus einer Betriebszentrale von extern und diese Kommunikation läuft über einen Security Gateway, der im Wesentlichen die Authentifikation und die Integrität und die Vertraulichkeit der Kommunikation gewährleistet. Dazu will ich auch noch später ein paar Worte sagen. Ja, man hat relativ viele Sicherheitsmechanismen eingeführt, also Sicherheit jetzt im Sinne von Safety. ESTWs sind redundant ausgeführt, spätestens die Tatwärer-Redundanz, üblicherweise arbeiten zwei oder sogar mehr Rechner parallel, um ganz einfach Ausfall von Komponenten hinnehmen zu können. Das Ergebnis dieser beiden Rechner wird ganz einfach verglichen auf Konsistenz und nur wenn das Ergebnis konsistent ist, wird der Befehl tatsächlich ausgeführt. Man stellt sich hohe Anforderungen an die Korrekte der Software, sprich man möchte garantieren durch systematisches Testen, dass nur 10 nach minus 9 bis 10 nach minus 8 kritische Fehler pro Stunde auftreten und man benutzt inzwischen auch Software-Redundanz. Also ein Hersteller hat so ein System implementiert, wo sozusagen ein Stellrechner sozusagen Stellbefehle generiert und ein zweiter prüft sie anhand eines logischen Systems auf Konsistenz. Also auch hier versucht man, indem man Software diversifiziert, möglichst Softwarefehler zu minimieren. Ein ganz wichtiger Punkt war die sichere Darstellung, weil der Freundsleiter eines solchen Bahnhofs kann ja de facto nicht mehr aus dem Fenster schauen, sprich er muss ja sich darauf verlassen, dass das Bild, was er auf seinem Rechner bekommt, tatsächlich korrekt ist. Das war früher bei den Röhrenmonitoren ein echtes Problem, weil da konnten Drähte reißen und auf einmal ein Pixel, das rot sein sollte, war nicht mehr rot. Dementsprechend hat man sehr komplexe Verfahren entwickelt, um zu garantieren, dass das Bild, was der Fallseiter bekommt, auch tatsächlich das korrekte ist. Man hat zum Teil zwei Grafikkarten benutzt und dann periodisch umgeschaltet zwischen diesen beiden Bildern und sozusagen, wenn dann eine Grafikkarte ausgefallen wäre oder ein Kabel gerissen wäre, hätte der Fallseiter das unmittelbar gesehen anhand eines Flackerns im Bild. Was man also heute macht, ist, dass man das Bild vom Bildschirm wieder zurückliest und vergleicht mit dem Bild, das eigentlich dargestellt werden soll. Da wird viel Aufwand getrieben und das ist auch der Grund, warum diese Geräte extrem teuer sind. Weil das ist alles Sonderanfertigung. Aber im Prinzip Ausfallsicherheit ist dadurch natürlich sehr gut implementiert. Natürlich gibt es eine ausfallsichere Stromversorgung, sprich Batteriesysteme oder Notstromaggregate. Und selbst wenn es tatsächlich mal einen Ausfall der Stromversorgung gibt oder einen Ausfall der Kommunikation, gibt es auch noch ein sogenanntes Zugnotprogramm, sprich alle diese Bereichstellrechner haben den Fahrplan gespeichert und können, sofern sie keine Befehle mehr sozusagen von außen bekommen, autonom für eine gewisse Zeit sozusagen den Zugverkehr abwickeln, sofern der Zugverkehr eben noch korrekt sozusagen, also sofern es keine Verspätung und so weiter gibt. Naja, das hält in etwa eine Stunde. Danach muss das Stellwerkorts besetzt werden, sprich es muss jemand hinfahren, physikalisch vor Ort gehen und das System wieder in Betrieb nehmen. Also das ist alles, ist auch der Grund, warum es dann doch hin und wieder mal Signalsteuerungen gibt, nicht? Also das, gut, das ist übrigens ein Bild einer solchen Außenanlage, also auch diese Hütten sprießen auch aus dem Boden neben der Bahn ist ja vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn ihr Zug fährt. auch die Datenübertragung wird entsprechend gesichert, intern gibt es einen Bus, um die ganzen Daten zu ermitteln zwischen den einzelnen Rechnern. Dieser Bus ist zweikanalig, sprich es werden die gleichen Stellbefehle auf zwei Kanälen übertragen und auf Konsistenz geprüft. Und erst wenn sozusagen auf beiden Kanälen der gleiche Befehl kam, nimmt man an, okay, dieser Befehl ist korrekt übertragen worden und er wird ausgeführt. Externe Datenübertragung zwischen Betriebszentrale und sozusagen örtlichen ESDWs geschieht in der Regel zur Zeit noch über eigene Lichtwellenleiter, die die Deutsche Bahn betreibt, die im Wesentlichen neben der Bahn vergraben sind. Inzwischen geht man aber auch dazu, über öffentliche Netze zu benutzen, weil es aus Kostengründen nicht mehr so ökonomisch ist, tatsächlich ein eigenes Kommunikationsnetz zu betreiben. Und dieses öffentliche Netz wird dann durch einen Security Gateway gesichert. Es ist leider nicht so einfach, Informationen über diesen Security die Gateway zu bekommen. Es ist ein Gerät, das aus Siemens herstellt. Man weiß nur so viel, dass dieses Gerät eine von Siemens entwickelte Chiffre benutzt, namens SCA45. Die ist zwar BSI-zertifiziert, aber ich würde trotzdem meine Hand nicht ins Feuer legen dafür. Gut, aber im Wesentlichen ESDWs funktionieren relativ gut und haben drastisch zur Kostenersparnis im Bahnverkehr beigetragen. Gut, bis jetzt haben wir eigentlich uns nur überlegt, naja, wie ich Signale ansteuere. Wie ich garantiere, dass ein Signal nur dann in Freistellung gerät, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Aber ich habe mich bis jetzt immer noch verlassen darauf, dass der Lokführer die Signale beachtet. Sprich, vor einem Haltzeigenden Signal stehen bleibt und auch sonst die Signale eben wahrnimmt. Dummerweise ist das nicht immer der Fall. Man hat gesehen, in der Vergangenheit gab es viele Unfälle dadurch, dass schlichtweg Lokführer die Signale nicht beachtet haben. Und daher hat man schon in den 30er Jahren begonnen, Zugbeeinflussungsanlagen zu installieren, die letztlich das Ziel haben sollen, das Verhindern von Signalüberfahrungen. Und das in Deutschland gängige System nennt sich Induzi, die induktive Zugsicherung oder auf Neu-Deutsch PZB, punktförmige Zugbeeinflussung. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr mal Bahn fährt, das sind diese gelben Kästen, die hier neben einem Signal am Gleis montiert sind. Und diese Kästen sind nichts anderes als wie Schwingkreise, die, wenn sie angeregt werden, ein Feld von einer gewissen Frequenz generieren. Und eine Lokomotive, jeder Lokomotive hat einen Detektor und kann eben sozusagen konjektieren, ob sie jetzt gerade über so einen Induzi-Magneten drüber gefahren ist oder nicht. Und ob der jetzt gerade in Betrieb war oder nicht. Also ich kann im Prinzip mit diesem Ding hier zwei Bit an Informationen übertragen, zwischen der Strecke und der Lok. Ja, wir sind ja in Berlin. In Berlin ist ein bisschen anders. Die S-Bahn Berlin nutzt ein anderes Zugsicherungssystem, die sogenannten Fahrsperren. Das wird einem vielleicht auch schon aufgefallen sein. Also alle, die heute abends mit der S-Bahn nach Hause fahren, Hausaufgabe die Fahrsperre besichtigen. Im Wesentlichen sind das so dreiecksförmige Gebilde, die ebenfalls neben dem Signal stehen und in den Lichtraum sozusagen der Bahn hineinreichen und wenn tatsächlich eine S-Bahn Granitur sozusagen über das Signal drüber fahren würde, dann würde dieser Teil hier mechanisch an einem anderen Teil reiben, des Triebwagens und dadurch wird eine Zwangsbremsung ausgelöst. Und sobald das Signal frei steht, klappt dieser Dreiecksförmiger Teil nach hinten weg. Das kann man wunderschön sehen, wenn man sich mal hinstellt zum Signal und wartet bis das Signal von Rot auf Grün übergeht. Dummerweise ist es natürlich da bereits zu spät, weil sobald ein Signal überfahren ist, braucht die Lok abhängig von der Geschwindigkeit durchaus relativ lang, um zum Stehen zu kommen und daher verbaut man heute nicht nur einen Indusimangleten, sondern bis zu drei davon. Und zwar einen am Hauptsignal, da gibt es 2000 Hertz, einen am Vorsignal mit 1000 Hertz und einen in der Mitte mit 500 Hertz und sobald sozusagen die Lok über diese Magneten rüberfährt, erzwingt ein Stück Software eine sogenannte Bremskurve. Sprich, die Software garantiert, dass binnen 23 Sekunden nach dem Detektieren dieses 1000 Hertz des 1000 Hertz Feldes der Zug maximal 85 kmh mehr schnell ist. Und maximal 65 kmh am 500 Hertz Magneten und so weiter und so weiter. Sprich, sozusagen punktförmig wird die Geschwindigkeit des Zuges überprüft, wann immer so ein Signal detektiert wird. Und sobald es eine Abweichung davon gibt, sprich, wenn ein Lokführer wieder beschleunigt oder sich eben nicht an die Bremskurve hält, immer dann gibt es eine Zwangsbremsung. Und das garantiert, dass sozusagen in der Regel ein Zug tatsächlich bei einem roten Hauptsignal vor dem Hauptsignal zu stehen kommt. Oder maximal ein bisschen drüber hinaus rutscht, aber das ist mit dem Durchrutschweg, den ich vorhin beschrieben habe, ohnehin abgedeckt. Soweit zur Theorie. Leider Gottes gibt es nicht überall in Deutschland Zugesicherungsanlagen, also im Westen Deutschland ist es de facto flächendeckend vorhanden, im Osten leider noch nicht. Und wir mussten leider die Konsequenz der fehlenden Zugsicherung dieses Jahr im Jänner erfahren. Einige von euch werden sich vielleicht noch erinnern. Am 29.01. kam es auf der Strecke zwischen Osschusleben und Halberstadt zu einer frontalen Kollision zwischen einem Güterzug und einem Personenzug mit dem Resultat, dass also zehn Donusopfer zu beklagen waren. Was war geschehen? In der Nähe von Hordorf wird die eigentlich zweigleisige Strecke eingleisig. Ausrichtung Osschusleben kam der Personenzug 88876, ausrichtung Halberstadt der Güterzug 69192. Die Fahrstraße war für den Personenzug eingestellt. Also Hordorf hat genauso ein mechanisches Stellwerk, so wie Sie vorhin auf dem Video gesehen haben, sondern ein viel kleineres. Er hat eben nur zwei Fahrstraßen. Sprich, der Fallensleiter in Hordorf hat tatsächlich korrekterweise die Fahrstraße für den Personenzug eingestellt, sprich, das Signal A war auf Fahrt und die Weiche B1 war richtig in die Ablenkung gestellt, während das Signal B für den Güterzug war auf Halt. Ebenfalls korrekt. Dummerweise hat der Lokführer von diesem Zug 69192 sowohl das Vorsignal VB als auch das Blocksignal B überfahren. Aus welchem Grund wissen wir nicht. Dummerweise gab es dort eben keine Zugsicherung, keine Indusie. Das Resultat war, dass beide Züge in der Nähe von der Überleitstelle Hordorf frontal kollidiert sind. Das Eisenbahnbundesamt, also die Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes, hat dann letztlich einen Untersuchungsbericht vorgelegt. Übrigens das ist ein Paradebeispiel von Transparenz. Man kann sämtliche Untersuchungsberichte des Eisenbahnbundesamtes auf dessen Homepage herunterladen. Also wenn jemand das nachlesen möchte, sind alle online verfügbar. Und der Bericht hält fest, aufgrund der vorliegenden Erkenntnis ist davon auszugehen, dass die Ursache der Vorbeifahrt an dem Vorsignal Halt erwarten und Blocksignal Behalt letztlich der Zugkollision in den menschlichen Fehlhandlungen begründet ist. Aufgrund der durchgeführten Untersuchung ist davon auszugehen, dass man in einer streckens- fahrzeugseitigen Zugveranflutseinrichtung das Ereignis nicht eingetreten wäre. Das wäre die Konsequenz einer fehlenden Zugsicherung. Tatsächlich ist es so, dass auf Strecken, die mit maximalen 100 kmh befahren werden, bis heute der Zugssicherung nicht vorgeschrieben ist. Die DB hat sich im Prinzip korrekt verhalten, aber inzwischen wird auch dort eine BZB nachgerüstet, nicht als Konsequenz aus diesem Unfall. Man muss natürlich dazu sagen, dass bereits vor dem Unfall Ausfallpläne vorhanden waren. Der Grund liegt darin, dass die Deutsche Reichsbahn in den letzten Jahren des Bestehens kaum investiert hat und es einen gewaltigen Rückstau an Investitionen letztlich gab. Gut, das wäre sozusagen Stand der Technik, wie er jetzt vorhanden ist. Ich möchte in den letzten paar Minuten, die wir noch bleiben, ein bisschen in die Zukunft blicken und schauen, welche Neuerungen werden sich auf dem Gebiet des Sicherungswesens ergeben und welche Gefahren werden da noch entstehen. Das heiße Thema zurzeit in dem Gebiet ist ETCS. Also Zugsicherungsanlagen haben sich in der Vergangenheit national entwickelt, sprich jedes Land hat ihre eigenen Systeme entwickelt. Das hat zur Folge, dass wenn heute ein Zug grenzbeschreitend fahren möchte, dass er die Zugsicherungssysteme jedes befahrenen Landes implementieren muss, was letztlich ein Hemmnis für den internationalen Personen- und Güterverkehr darstellt. Das hat die EU-Kommission erkannt und hat schon Anfang der 90er Jahre begonnen, die Harmonisierung der Sicherungsanlagen voranzutreiben in Europa und das Resultat ist eben ETCS. Parallel dazu wurde auch ein Mobilfunksystem eingeführt namens GSMR, das es erlauben soll, zwischen Lokführer und Fahrleiter zu kommunizieren und das man auch benutzen wird in Zukunft, um Stellbefehle und um kritische Informationen zu übertragen. Einige sagen jetzt schon oje, es ist nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört, dazu komme ich auch noch später. Es gibt drei Levels von ETCS, Level 1 ist im Wesentlichen Weiterführung des Standes der Technik, es gibt nach wie vor Signale, es gibt Balisen als Kommunikationsinstrument zwischen Zug und Strecke, es gibt eine klassische Gleisvermeldung und immer noch ein Stellwerk, also das ist alles das, was heute eigentlich bei einem elektronischen Stellwerk auch schon vorhanden also das ist nichts Neues mit dem Unterschied, dass es eben europaweit harmonisiert sein soll. Interessant wird Level 2, da verzichtet man auf Signale, es kann hin und wieder mal noch Signale geben, aber in der Regel gibt es keine mehr, die Information, ob eine Strecke, ob ein Blockabschied frei ist oder nicht, die wird dem Blockführer unmittelbar auf den Führerstand übertragen und zwar mittels GSMR. Also es gibt immer noch ein Stellwerk, das die Gleisvermeldung sicherstellt, das garantiert, dass eben ein Blockabschied frei ist und so weiter, aber dann wird kein Signal mehr angesteuert, sondern das Stellwerk schickt die Befehle an das sogenannte Radio Block Center, dieses Radio Block Center überträgt die nötige Information unmittelbar für den Triebfahrzeugführer unmittelbar in seinen Führerstand mittels GSMR. Das ist das Level, was jetzt im Prinzip schon langsam ausgebaut wird, also die großen Neubaustrecken in Deutschland und Österreich werden inzwischen mit ETCS Level 2 ausgeschafft. Es gibt auch ein Level 3, Level 3 ist absolute Zukunftsmusik, da geht man sogar von diesem alten Werten Konzept der Blockabschnitte weg und sagt, okay, ich garantiere zu jedem Zeitpunkt, mein Zug ist vollständig, sprich es kann nicht passieren, dass ein Wagen hinten verloren geht oder so, sondern der ist immer vollständig, es sollte ohnehin nicht passieren, aber trotzdem. Und ich habe keine Blockabschnitte mehr, ich habe keine Signale mehr, ich habe keine Geistfreien Meldung mehr, schlichtweg, ich weiß durch Valisen, wo sich der Zug befindet und ich kann sozusagen on the fly ausrechnen, wann ich den nächsten Zug schicken darf, damit es zu keiner Kollision kommt. Das ist Level 3, völlige Zukunftsmusik, gibt es keine Standards dafür und ist sicher in den nächsten Jahrzehnten nicht zu erwarten, weil man mit Level 2 schon massive Schwierigkeiten hat. Gut, jetzt komme ich schon langsam zu meinem eigentlichen Fachgebiet. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Worte zur Sicherheit von ETCS verlieren. Was ist denn der Stand der linearen Zugbeeinflussung, wo die automatischen Züge abbremsen können, wenn die nicht auffahren? Ja, das habe ich jetzt verschwiegen. Es gibt neben der punktfreibigen Zugbeeinflussung auch noch die linien Zugbeeinflussung namens LZB. Das geht schon ein bisschen in die Richtung ETCS Level 2 bis zu einem gewissen Grad. Auch dort verzichtet man auf weitestgehend auf Signale und dem Lokführer wird im Führerstand angezeigt, wozu sagen, wie weit die Strecke frei ist, sprich, wie schnell er maximal fahren darf. Das ist auf allen Schnellfahrstrecken Darstands verbaut. Sobald ein Zug mehr als 160 KNH schnell ist, ist es vorgeschrieben, dass die Strecke, wo er fahren kann, mit LZB ausgeschaltet ist. Aber auch das ist eine nationale Entwicklung, die sich bewährt hat und von der man natürlich auch nicht so gern weggehen möchte, weil man gewaltige Investitionen bereits getätigt hat. Gut, zum Thema ETCS. Also ich habe es schon erwähnt, Kommunikation geschieht mittels GSM-R. Es haben schon einige gesagt, oje, GSM. Also man hat immerhin ein bisschen aus diesem Desaster von GSM gelernt, man hat immerhin die Sicherheit erhöht, indem man die Teile von GSM entsorgt hat, die komplett gebrochen sind, also A5 wird nicht mehr benutzt. Man hat stattdessen eine Authentifikation sämtlicher Nachrichten eingeführt, diese Nachrichten basieren auf Triple Death, also im Prinzip, naja, ich meine Triple Death ist okay, die NIST nimmt an, dass es bis 2030 sicher ist, da würde ich sagen, kann man wenig Vorwürfe machen, der Standard ist ja auch schon älter, nicht so, dass der gestern geschrieben wurde. Und tatsächlich läuft zwischen dem Caller und dem Collie ein Protokoll ab zur Authentifikation, das ist im Wesentlichen so, er beginnt mit einer Zufallszahl zu schicken, der Collie antwortet mit ebenfalls mit einer Zufallszahl RA und die Nachricht ist dann über einen MAC, also über einen Message Authentication Code authentifiziert und dieser MAC basiert auf einem Session Key, das ist dieses S hier, dieses S basiert letztlich auf den beiden Zufallszahlen, die da ausgetauscht wurden im ersten Teil, vergessen Sie mal dieses L, und auf einem symmetrischen Authentifikations Schlüssel. Also sprich, jede Lokomotive, jedes Triebfahrzeug, die eine ETCL-Strecke befahren will, muss einen symmetrischen Schlüssel besitzen und das Eisenbahnverkehrsunternehmen, wo diese Lok unterwegs ist, muss den Schlüssel auch kennen. Jetzt haben wir zwei Probleme. Das erste ist, wenn man das genau liest, steht aber dort, okay, in der Regel sind alle Nachrichten authentifiziert, aber High-Priority Data are transmitted unreliably and non-safely. Also alles, was sicherheitskritisch ist, so wie Haltaufträge, wird davon ausgenommen, weil man vermutlich die Zeit nicht investieren möchte, sozusagen diesen zu brechen, sondern den Haltauftrag unmittelbar verschicken möchte. Ob das gut ist oder nicht, wird sich letztlich zeigen, ob das ein Einfachstor für den Halt-of-Service-Angriffe letztlich wird oder nicht. Das viel größere Problem ist, dass der Schlüsseltausch ist. Wenn man diesen Standard sich anschaut, dann erwartet man, dass irgendwann einmal etwas kommt, zu dem man Austausch der Schlüssel. Leider Gottes Fehlanzeige. Alles, was sanitisiert ist, ist, was die Autoren Offline Key Distribution genannt haben. Und was vermutlich so ablaufen soll, dass die Deutsche Bahn irgendwo in einem Büro in einem PC stehen hat, wo Schlüssel generiert werden, die Schlüssel werden vielleicht bei Diskette an der ÖB verschickt und irgendwann mal per Laptop in ein Fahrzeug bei der nächsten Wartungsarbeit injiziert. Das ist übrigens nicht so weit von der Realität entfernt. Darf ich nochmal so ganz sprich, dann muss der Schlüssel ja tatsächlich beiden EUs bekannt sein. Das Land sieht zwei Optionen vor, entweder jedes Fahrzeug besitzt einen Schlüssel, der in allen Domänen gültig ist, oder hat pro Domäne einen Schlüssel. Sprich, dann wird die Fremddomäne diesen Schlüssel generieren und ihn an die Heimatdomäne übertragen. Wie das geschieht, ist wiederum nicht im Standard festgehalten. Sprich, das wird in Zukunft den Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Infrastrukturunternehmen noch viel, viel Kopfzerbrechen bereiten, wie man diesen Schlüssel austauschen in einer sicheren Art und Weise über die Bühne kriegt. Gut, das bringt mich schon ans Ende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen motiviert, dass Sicherungsanlagen komplexer werden, digitaler werden, dass der Fokus bis jetzt eigentlich eher auf Safety lag, sprich, auf Ausfallsicherheit, auf Zuverlässigkeit, dass sich das aber zukünftig in Richtung Security verschieben wird, weil wir eben Funkkommunikation benutzen, die viel, viel einfacher angreifbar sein wird. Es werden neue Betrohungsszenarien entstehen, man lenke nur an Insider, man lenke an das Key-Distribution-Problem, man lenke an Stuxnet, man lenke an die Frage, werden denn eigentlich Schlüssel auf einem Log sicher gespeichert, wie werden sie übermittelt, wie werden sie übertragen, wie werden sie reduziert. All das ist offen, all das ist im Prinzip noch nicht festgeschrieben. Und ich bin der Fest immer zu zeigen, dass wir hier ein Dialog mit unserer Community wichtig ist, damit wir letztlich in der Lage sind, auch hier entsprechende Lösungen anzubieten. Gut, das bringt mich schon ans Ende meines Vortrags, ich möchte noch eine kleine Werbung einschalten, also das Betriebsfeld, was ihr vorhin gesehen habt, betreibt die AK Bahn, das ist ein gemeinnütziger Verein und dieses Betriebsfeld kann man auch besuchen, es gibt immer wieder mal Tage der offenen Tür beziehungsweise Führungen, wo man auch das Betriebsfeld live erleben kann, auch mal Veranstaltungen spielen kann, also wer Interesse hat, kann da durchaus auch mal auf mich zukommen. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, wir haben noch zehn Minuten für Fragen. Danke für den Talk. Danke für den Talk. Es gibt einen Audioengel, der wird sich ungefähr da hinten hinter den Kameras befinden. Alle Fragen bitte an den Audioengel gehen. Da vorne ist er. Bitte auf die Kameras achten. Es gibt auch noch einen Signalengel hier, das heißt, Fragen über Twitter oder IRC sind möglich. Und damit bitte zur ersten Frage. Ja, meine erste Frage betrifft eher den Nahverkehr und zwar in Darmstadt. Da wird ja, wo Sie herkommen oder wo Sie arbeiten und auch ich herkomme, da wird sehr viel mit Infrarot gesteuert. Die Straßenbahnen steuern die Weichen vom Fahrzeug aus mit Infrarot. Bahnübergänge werden per Infrarot aktiviert, dass sie sich schließen. Das ist ja auch eine Sicherheitslücke. Es sind Standardprotokolle, die da verwendet werden, die man mit Logitech-Harmony aufzeichnen, wieder abspielen können. Da bin ich offen gesagt überfragt. Das kann ich aus dem Steckerf jetzt nicht beantworten. Straßenbahn ist ein Thema, das mich nie wirklich interessiert hat. Die kleine Bahn hat mich nicht so interessiert. Tut mir leid, müsste man nachsehen. Also kann ich nicht. Ich habe noch eine Frage zu diesen Indusimagneten. Sind die irgendwie abgesichert? Meines Wissens nein. Aber auf der anderen Seite, jede Lok müsste darauf reagieren. Das heißt also, wenn jemand so einen Indusimagneten neben der Strecke verliert, hält die Lok an. Das sind nicht alle Sachen. Das System ist mit Safety Gesichtspunkten designt worden. Das System ist 70 Jahre alt. Damals kam niemand auf die Idee, dass es jemand benutzen könnte und umkehren könnte. Noch eine kleine Frage zu diesen Achskurzschlüssen. Um zu gucken, wo das Fahrzeug sich gerade auffällt. Könnte man nicht theoretisch einfach eine Eisenstange nehmen und so einen Achskurzschluss induzieren und dadurch dem System vortäuschen, dass sich irgendwo Züge befinden, wo sich gar keine befinden? Also es gibt das Gerücht, wenn lang genug das Kupferkabel nimmt, ein ganz feines und das geeignet um die Schienen legt, dass man damit den ganzen Bahn auf Lamm legen kann, wenn man weiß, wo das Ding entschlüttelt. Wie gesagt, gleiche Antwort wie vorhin, das System war nie nach Security Design. Das war nie im Fokus der Designer. Daher kann man nicht erwarten, dass das ein Problem ist. Gibt es in diesem ETCS Standard Überlegungen zur Interaktion mit den IMSI-Catchern der Polizei, der Verfassungsschütze? Nein, gibt es nicht. Aus dem einfachen Grund, weil Vertraulichkeit ist kein Thema. Sprich, wir reden immer nur über Integrität der Nachrichten. Sprich, Verschlüsselung an sich spielt keine Rolle im Standard. Weil man weiß ja ohnehin, ob da ein Zug fährt, welche Befehle er bekommt, sehe ich ja, wenn ich dort stehe. Das Protokoll ist im Wesentlichen GSM, ja. Es gibt andere Frequenzen, es gibt ein bisschen mehr Ausfallsicherheit, aber im Wesentlichen ist das GSM, ja. Der ÖG würde gerne wissen, zum Thema Verschlüsselung, warum es keine asymmetrische Verschlüsselung zum Einsatz kommt und Zertifikate verwendet werden. Das ist eine gute Frage, die frage ich mich auch. Ich kann nur mutmaßen, ich meine, der Standard ist aus den frühen 90er Jahren und damals war in der Industrie noch die Meinung vorherrschend, dass asoviatische Kryptografie böser ist, weil sie Platzverbrauch, Stromverbrauch schwierig zu implementieren ist. Das hat auch gestimmt zur damaligen Zeit, stimmt aber heute nicht mehr. daher ist es mir selbst nicht klar, warum man letztlich diesen Weg gewählt hat. Also ich gehe mal davon aus, dass das schlichtweg aus Gewohnheit war. Die Frage, die ich stelle, hat mit der Vergangenheit zu tun, ist aber gut zum Thema asymmetrische Kryptografie. Und zwar, ich habe mal gehört, dass es vor diesen mechanischen Stellwerken, die gezeigt wurden, Stellwerke gab mit sogenannten Plus- und Minus- Schlüsseln. Mich würde interessieren, wie haben die funktioniert? Die gibt es heute noch, auf kleinen Nebenbahnen. Im Wesentlichen sind das Zentralschlösser. Jede Weiche hat zwei Schlüssel, und zwar einen Plus- und einen Minus- Schlüssel. Und wenn ich eine Weiche umstelle, dann muss ich die Weiche versperren und kann dann einen dieser Schlüssel herausziehen, aber nur einen. Und wenn ich im Besitz des Plus- Schlüssels bin, weiß ich, die Weiche da draußen steht in die Gerade. Wenn ich im Besitz des Minus- Schlüssels bin, weiß ich, die Weiche steht eben die Ablenkung. Den Schlüssel, den ich habe, den sperre ich dann in ein Zentralschloss im Wesentlichen ein, den führe ich ein und lege um. Und wenn ich alle Schlösser entsprechend umgelegt habe, erst dann wird ein weiterer Schlüssel frei, und mit dem Schlüssel kann ich zum Signal gehen und das Signal freistellen. Das ist auch so ein Synchronisationsmechanismus. Das gibt es immer noch, wenn auch auf sehr kleinen Bahnen natürlich, weil das ist ein irrsinniger aufwand. Wenn ich eine Weiche stellen möchte, muss ich zur Weiche hingehen und Schlüssel rausnehmen und einen anderen reinstecken. Hier noch eine Frage. Und zwar, warum verwendet man nicht einfach Einmalschlüssel? Warum verwendet man nicht einfach Einmalschlüssel? Man könnte doch theoretisch jede Lok mit so einem 8 GB USB-Stick an Random-Daten ausstatten und denselben USB-Stick an der Zentrale und dann würde das doch für die nächsten 30, 40 Jahre an Kommunikation ausreichen. Gut, das ist jetzt schwer zu sagen. Also das ist vermutlich auch nicht wirklich praktikabel, würde ich mal sagen, dass man gigabyteweise Random-Daten durch die Gegend schickt. Also die Lösung mittels Public Key Cryptographie plus Zertifikaten ist mir die viel sympathischere, weil da brauche ich sozusagen keine Randomness generieren. Man kann die physikalisch austauschen. Man kann die physikalisch austauschen, ja. Aber was passiert, wenn diese CD verloren geht? Das sind alles Fragen, die man eigentlich lieber nicht haben möchte, nicht stellen möchten. Was im Talk vorgekommen ist, ist ja an sich Stellwechsel- und Sicherungstechnik. Was mir ganz abgegangen ist, beim Can Trains be hacked? Die Trains. Viele Bahnverwaltungen sind dazu übergegangen, von Zeitintervall Wartung auf On-Demand Wartung überzugehen, indem sie permanent Telemetriedaten von den Zügen erfassen und die auch über GSM oder Wimax oder anderen Backhaul übertragen. Ein Abfallprodukt dieser Technik ist Internetzugang im Zug für die Fahrgäste und so wie es einem namhaften Flugzeughersteller passiert, ist er auch im Flieger Internet angeboten hat. Der Wortlaut der Pressemitteilung war damals, der Internetzugang für die Fluggäste ist nicht vollständig vom Telemetriesystem des Flugzeuges getrennt. Ein paar Researcher haben dann irgendwann bei der Engine-Kontrolle aufgehört, weiter nachzuschauen. Das war ihnen dann zu heiß. Also vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant, im Zug zu sitzen, mal zu schauen, ob man nicht irgendwo beim Zug weiterkommt. Ja, die Frage ist halt, das ist wieder so eine Sache, da würde ich sehr stark davon abraten. Also das kann man vielleicht in einem, wenn einer Hersteller dazu einlädt, das mal auszuprobieren, kann man das tun, aber im Laufendenbetrieb will ich sehr stark davon abraten. So, ich würde sagen, jetzt noch zwei weitere Fragen und ich glaube, hier war eine. Hallo, ich habe es mal überschlagen, die Ausfallsicherheit, die Ausfallswahrscheinlichkeit von so einem ETSB ist ähnlich, der von einem Atomkraftwerk, kommt das hin? Also alle so zwölfeinhalb bis 125.000 Jahre. Kann sein, ja. Und dann noch eine zweite Frage, diese Lichtwellenleiter, die kann man doch mit verschiedenen Wellenlingen betreiben und dann könnte doch die Bahn wunderbar auf ihrem Lichtwellenleiternetz noch das Internet beschleunigen. Physikalisch sauber getrennt. Man kann vieles, ja. Gut, aber natürlich diese Kabel stellen schon auch ein gewisses Problem da, nicht? Das hat man gesehen vor einem Jahr, wie da in Berlin Feuer gelegt wurde unter einer Brücke. Da war mal halb Berlin vom Internet abgeklemmt, aber auch natürlich die Essenbahn hatte über Tage lang Probleme natürlich. Also es gibt schon so naralbische Punkte, wo es tatsächlich Probleme geben kann, wenn man weiß, wo sie sind. So, die letzte Frage noch irgendwo? Ah, es gibt noch eine. Also das ist mal zum Internet, das macht die Bahn auch, die verkauft die Leitungen teilweise oder vermietet sie. Und zweite Aussage zum Thema Sicherheit, man muss sich auch immer vorstellen, dass der Zugriff auf das Schienennetz sehr frei ist. Also wenn ich da irgendwas anstellen will, ist es einfacher, wenn ich irgendwo einen Anschlag auf ein Stück Schiene veranstalte, anstatt dass ich mich ins Netzwerk einhacke oder da irgendwas probiere. Also das ist natürlich Teil der Security Engineering, nicht? Da muss man sozusagen überlegen, welche Angriffsmöglichkeiten gibt es, welche Wahrscheinlichkeiten stecken dahinter, wie einfach ist es und natürlich wird ein Angreifer immer den Weg des geringsten Niederstandes wählen, keine Frage. Daher ist das bis zum gewissen Grad natürlich auch legitim zu sagen, solange rund um die Bahn keine großen Zäune gebaut werden, macht es wenig Sinn, da jetzt groß in andere Dinge zu investieren. Das ist eine Abwägungssache. Natürlich kann man wieder sagen, okay, also weil ich Funkkommunikation habe, ist das einfacher, da muss ich nicht mehr hingehen vor Ort. Das kann ich sozusagen, kann ich eine Antenne aufstellen und kann irgendwas tun damit. Also ich glaube schon, dass das hier auch eine neue Qualität der Angriffe ermöglicht, die wir jetzt nicht so sehen. Bei trotzdem fahre ich immer noch Sorglosbahn. Also ich möchte jetzt keine großen Horrorszenarien verbreiten. Dann nochmal vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020